Möchten Sie einen Querschnitt schnell und präzise extrudieren, so ist es mit Alplan Architecture 2016 dank der Integration des Parasolid-Modellierkerns nun möglich, dies über die Funktion Extrudieren entlang eines Pfads zu erledigen. In diesem Beispiel erstellen wir ein Attica-Blech für ein Gebäude. Hierzu zeichnen Sie die zu extrudierende Form, also einen Querschnitt des Blechs, in der entsprechenden Ansicht bzw. dem Grundriss wie gewünscht ein. Erstellen Sie anschließend den Pfad, entlang dessen die Form extrudiert werden soll. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Spline oder Polygonzug. Wählen Sie nun die Funktion Extrudieren entlang eines Pfades und wählen dann zunächst das zu extrudierende Profil an. Anschließend klicken Sie auf den entsprechenden Pfad. Zum finalen Abschluss der Modellierung können Sie im Dialogfenster Extrudieren entlang Pfad die Art und Weise der Extrusion beeinflussen. Mit dem Klick auf Anwenden beenden Sie die Funktion und Ihr Modell erscheint in der Animation. Der neue Modellierkern in Alplan Architecture 2016 ermöglicht Ihnen Modellieren ohne Grenzen.